Hallo, ich bin's René. Ich möchte Cora nochmal mein herzliches Beid ausdrücken. Der Tim ist nicht halb so viel Mitleid für sich gehabt, wie er getan hat. Er versucht die ganze Zeit irgendwie das ganze Ding zu vermarkten. Er ist ihr Zubehörter gewesen. Er hat sich auch ein paar Mal geschlagen. Von daher bin ich auf der Beerdigung von ihr nicht gewesen, weil er ein Vollidiot ist. Keine Beerdigung ist es wert, dass man so einen Typen noch hochhebt. Mehr will ich dazu nicht mehr sagen. Das gibt's bei dem iPhone nicht. Das war nicht einfach schlimm. Man kann heulen, ohne dass man irgendwas großartig präsentieren kann. So, alles. Viel Spaß.